Hi, nochmal in verdoppelter Power reiche ich euch den Lesemonat Juli und August nach. Ich hatte euch ja schon angekündigt, dass ich die beiden Sommermonate Juli und August in einem Lesemonatsvideo kombinieren würde und das machen wir heute. Das war natürlich die absolute Urlaubszeit, das heißt es hat so ein bisschen zu einer Flaute geführt. Also nicht wirklich, aber es war ein mini bisschen weniger als was ich sonst so lese. Und das hat sich dann auch in den September fortgesetzt. Mal schauen, wie es dann im Oktober wird. Ich erzähle euch erst von den Büchern, die es auf Deutsch gibt und ich versuche das jetzt nochmal vehement klar zu machen. Die Bücher, die ich im ersten Teil des Videos nenne, die gibt es schon auf Deutsch. Entweder als deutsche Übersetzung oder die sind sowieso im Original auf Deutsch. Und das kann aber trotzdem bedeuten, dass ich das Buch auf Englisch gelesen habe. Und die, die im hinteren Video teilkommen, die gibt es nur auf Englisch. Ich versuche das immer dazu zu sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Bücher im hinteren Teil des Videos auf Englisch nur erschienen sind, ist relativ hoch. Also je länger das Video wird. Und wir machen das ja schon seit einer Weile so, dass ich im Lesemonat nur über die Bücher spreche, wo ich irgendwie Redebedarf habe. In den beiden Monaten Juli und August habe ich insgesamt 29 Geschichten gelesen, davon 18 Romances in allen Genreschattierungen. Dann sechs Bücher aus dem spekulativen Bereich, also Fantasy und Science Fiction. Drei Bücher aus dem Spannungsgenre, also Krimi, Thriller. Und zwei Romane. Durchschnittlich hatten die Bücher 323 Seiten. Und ich habe 3,5 Sterne vergeben. Ich würde mir wünschen, dass das wieder ein bisschen mehr wird. Also 3,5 im Durchschnitt ist okay, aber alles, was darüber liegt, damit fühle ich mich wohler. Das heißt, ich muss einfach zu besseren Büchern greifen. Jetzt geht es tatsächlich direkt mit den Büchern los, die ich gelesen habe. Und wie immer will ich auf jeden Fall wissen, was ihr im Sommer noch gelesen habt. Ihr habt zum Teil ja schon im Lesemonat Mai und Juni das nachgereicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch Erzählungsbedarf, jo, Redebedarf habt zu Büchern, die ihr vielleicht noch nicht mit mir ausgetauscht habt. Total gerne unten in den Kommentaren. Und ich lege jetzt los. Ich habe in der Miss Marple-Reihe weitergelesen. Ich habe ja seit Anfang des Jahres mich kontinuierlich in dieser Reihe fortbewegt und die gereadet. Ich habe die als Jugendliche vollkommen kreuz und quer gelesen. Überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge. Und das ist einfach auch schon ewig her. Und ich habe mit Sicherheit auch welche ausgelassen. Aber ich rereade jetzt die Reihe wirklich nach und nach. Und habe den ersten Favoriten identifiziert, nämlich Fata Morgana. Das ist Band 6. Ich habe 4,5 Sterne vergeben. Ich habe dann auch noch Band 7, nämlich das Geheimnis der Goldmine gelesen. Das hat mir dann wieder ein bisschen weniger gefallen, aber immer noch 3,5 Sterne wert. Legen wir mal los mit Fata Morgana. Das Buch ist zum Teil auch filmisch umgesetzt worden. Und zwar in Mörder Ahoy meldt Margaret Rutherford. Die vier Miss Marple-Verfilmungen mit dieser Schauspielerin gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen aller Zeiten. Mörder Ahoy am wenigsten. Mein Favorit ist... Ach, das wechselt immer. Aber ich glaube, 1650er Paddington ist natürlich einfach der absolute Klassiker. Jedenfalls Mörder Ahoy basiert zum Teil locker auf Fata Morgana. Ist aber ein bisschen anders umgesetzt. Aber beim Lesen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Moment, ich kenne irgendwie den Plot. Ich kenne den Plot. Habe ich mich beim Rereaden irgendwie so stark erinnert gefühlt? Oder nein? Ich habe mich an den Film erinnert gefühlt. Miss Marple besucht eine alte Schulfreundin in einem viktorianischen Herrenhaus, das gleichzeitig auch als Rehabilitationszentrum für straffällig gewordene Jugendliche dient. Einer der Jugendlichen schießt dann auf den Verwalter Mr. Sarah Colt und gleichzeitig wird im anderen Teil des Gebäudes ein mysteriöser Besucher ermordet. Miss Marple glaubt natürlich nicht an einen Zufall und widmet sich diesem rätselhaften Fall. Ihr könnt euch schon denken, warum Band 6 mein Favorit ist. Miss Marple nimmt großen Raum ein. Sie ist nahezu die ganze Zeit anwesend, übernimmt auch die Ermittlungen, lenkt so die Figuren, also befragt dann welche und sammelt so langsam Spuren ein und spielt die Figuren zum Teil auch so ein bisschen gegeneinander aus. Das war einfach großartig, sie da so in voller Stärke zu sehen. Und der Fokus der Ermittlungen ist auf jeden Fall, wenn es nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, wie kann es dann anders gewesen sein? Und ich finde das so, mehr kann ich nicht sagen, weil natürlich sonst, das ist wirklich ein absoluter Spoiler. Aber dieses, okay, es erscheint auf eine Art und Weise, aber das kann es nicht gewesen sein. Ja, aber wie ist es denn dann passiert? Großartig. Total gut inszeniert. Natürlich komplett konstruiert. Also ich glaube, wenn da nicht jedes Rädchen ineinander gegriffen hätte, hätte dieser Fall überhaupt nicht funktioniert. Und was man bei diesem Band auch wissen muss, aus heutiger Sicht wären einige Formulierungen definitiv fragwürdig. Vor allem, wenn es um mentale Gesundheit geht. Die Jugendlichen, die dort einsitzen, haben zum Teil psychologische Herausforderungen, mit denen wir heute achtsamer umgehen würden, hoffentlich. Und der nächste Band, nämlich Band 7, das Geheimnis der Goldmine. Hier geht es um Rex Fortescue. Ein reicher Finanzhai, der auf mysteriöse Weise beim Teetrinken stirbt. Total britisch, würde ich mal sagen. Und dann finden sich auch noch Roggenkörner in seiner Jacketttasche. Doch erst als dann ein weiterer Tod zustande kommt, enthüllt sich das ganze Geheimnis rund um Mr. Fortescue's Tod. Und Miss Marple begibt sich auf die Spur eines Verbrechens, das in rätselhaften Fersen verschlüsselt ist. Ich meine, so sind alle Miss Marple-Wände aufgebaut. Hier nochmal verstärkt. Es gibt ein Ensemble an Figuren. Ein bisschen wie Cluedo. Und man muss bestimmen, wer der tatsächliche Täter ist. Und die Figuren an sich sind relativ Stereotyp. Also, ob es nun den Gärtner gibt oder das Zimmermädchen und die reiche Tante und so weiter. Das sind Abziehbilder von Figuren, die aber nötig sind, damit diese Fälle in der Kürze der Geschichte auch funktionieren. Und was in diesem Band schon auch nochmal besonders hervorgetreten ist, das habe ich vorhin gut inszeniert genannt. Das ist dieses Theaterstück-Ding. Also, eine Person geht ab und die nächste kommt auf. Ich kann mir das so gut auf der Bühne vorstellen. Und es ist allerdings so, auch Miss Marple rückt hier wieder in den Hintergrund. Und die Auflösung hat mich auch nicht wirklich interessiert. Deswegen bin ich dann bei 3,5 Sternen gelandet und freue mich aber schon aufs Weiterlesen in meiner Miss Marple-Reread-Aktion. Ich habe dann noch die Neuerscheinung von Emily Henry gelesen, nämlich Happy Place. Die ist zeitgleich dann oder nahezu zeitgleich auch auf Deutsch erschienen. Ich habe vier Sterne vergeben. Man muss vorab wissen, dass die Ausgangslage extrem unglaubwürdig ist und trotzdem in der Umsetzung irgendwie funktioniert. Harriet und Wynne waren in ihrem Freundeskreis ein Traumpaar, haben sie allerdings vor sechs Monaten heimlich getrennt und treffen dann im Ferienhaus der Freunde wieder aufeinander. Das soll der letzte Urlaub in diesem Haus sein, bevor es verkauft wird. Das Problem ist, sie müssen ein Bett teilen und auch ihre Trennung geheim halten. Kann man nach so vielen Jahren als perfektes Paar vielleicht doch noch eine Woche lang die Verliebten spielen? Das Hörbuch war richtig toll. Also die Sprecherin heißt Julia Whelan. Ich habe das Englische gehört und die hat die erzählende Perspektive, nämlich Wynne, so verletzlich und glaubwürdig erzählt. Großartig. Vor allem, wenn es zu Konfrontationen kam, die ja wirklich sehr schmerzhaft sind. Das ist total gut in ihrem Tonfall rübergekommen. War ein wirkliches Highlight jetzt beim Hören. Das Problem war ein bisschen die zwei Zeitebenen. Vor allen Dingen die Vergangenheit hat mich nicht so richtig interessiert. Zum einen, wie die sich kennenlernen und verlieben und zum Paar werden. Dann aber auch in der Vergangenheit zur Trennung kommen. Und dann eben in der Jetzt-Zeit als getrenntes Paar mit den Freunden aufeinander zu treffen und das vorgaukeln zu müssen. Ich weiß aber auch nicht, wie man es anders hätte lösen können. Vielleicht ein bisschen die Vergangenheit im Zeitraffer zu erzählen oder so. Ja, der Wechsel hat mich immer mal wieder so aus der Geschichte gerissen. Nicht schlimm, aber doch spürbar. Was mich gänzlich überzeugt hat, war die Freundeskreisdynamik. Denn es ist schon so, dass die sich sehr lange schon kennen. Teilweise aus der Schule, teilweise dann aus der Studienzeit. Und thematisiert wird, wie Freundschaften auch einen Übergang in etwas anderes haben. Also zum Beispiel, wenn dann Kinder anstehen oder wenn Menschen sich beruflich nochmal verändern oder wenn Eltern sterben. Das hat so eine große Auswirkung auf die Biografie von Einzelmenschen, dass es doch völlig klar ist, dass sich das auch auf Freundschaften auswirkt. Und das miterzählt zu bekommen in dieser Sechser-Konstellation von Freunden hat mich echt überzeugt. Das heißt, es gab jede Menge emotionale Baustellen abseits der Romance. Das mag ich ja. Nun gut, die Wiederannäherung zwischen den beiden ist vorprogrammiert. Sie beackern schon das, was in der Vergangenheit im Argen lag, damit natürlich in Zukunft nicht das gleiche Problem wieder auftaucht. Aber ich hatte das Gefühl, die Erkenntnis, was war eigentlich das Problem, kam zu spät. Und dann war das Happy End leicht überhastet. Für mich war vor allen Dingen der Freundeskreis wirklich stark und die Hörbuchsprecherin, wie sie Wins Gefühle rübergebracht hat. Dann ein Flop für mich. Ich habe zwei Sterne vergeben für Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabriel Zevin. Das war auf meiner 23 Bücher für 2023 Liste. Und ich hatte das wohlwissend auf die Liste gesetzt, dass ich das als Leserunde schon mit Sarah, Sophie und Eva geplant hatte. An einem bitterkalten Wintertag entdeckt Sam auf dem Campus von Harvard seine Kindheitsfreundin Sadie. Und die tut im ersten Moment so, als würde sie ihn nicht hören, als er sie ruft, dreht sich dann aber doch um. Und die beiden kommen nach jahrelanger Funkstille wieder in Kontakt und sind beide sehr begabte Spieleentwickler. Das spielt in den 90ern und die beiden starten dann eine steile Karriere im Bereich der Computerspielentwicklung. Sie sind brillant, erfolgreich und reich. Das schützt sie allerdings nicht vor ihren eigenen kreativen Ambitionen. Freundschaft steht angeblich im Mittelpunkt. Das verrät auch der Klappentext. Über lange Strecken war das für mich entweder nicht fühlbar, sowohl zwischen Sadie und Sam als auch, was dann an weiteren Figuren noch dazukommt. Teilweise war das sogar eher toxisch und unkommunikativ. Also das, was mir als innige Freundschaft, die ganz viel verzeihen lässt, vorgekaut wurde, ja, hat sich für mich aber nicht wirklich so auch angefühlt. Ein weiterer Fokus ist natürlich die Spieleentwicklung. Entweder kam das zu kurz und ich habe nicht richtig den Prozess der Spieleentwicklung verstanden oder in den Phasen, wo es dann miterzählt wurde, hat es mich inhaltlich nicht so richtig interessiert. Ich fand auch irgendwie schade, dass abseits von jetzt klassischen Computerspielen der 90er und 2000er nicht wirklich historischer Kontext miterzählt wurde. Ja, am Rande wird der 11. September erwähnt, aber das war jetzt wirklich so der größte Meilenstein und der Rest fühlte sich historisch relativ kontextlos an. Tja, war überhaupt nichts für mich. Ich habe zwei Sterne vergeben und wir haben uns ehrlich gesagt alle drei ganz schön gequält. Ihr habt schon in meinem Hörgenuss gesehen, dass ich Fourth Wing von Rebecca Yaros super gut fand. Ich habe 4,5 Sterne vergeben und warte wirklich sehnsüchtig auf Band 2 und ich fand den Austausch nach dem Hörgenuss total spannend, weil die Kommentare unter dem Video durchaus gezeigt haben, dass bei euch größtenteils negative Meinungen zu diesem Buch ankommen. Also ja, ich habe ja dann nach meinem Lesen auch mich ausgetauscht, zum Beispiel mit Carly und Sarah-Sophie, jetzt im Nachgang vom Hörgenuss auch noch mit Lea von Leas Lesesessel und der Tenor ist, wir hören ausschließlich negative Dinge. Und ich finde das total faszinierend, weil ja, diese Stimmen sind natürlich sehr laut und präsent, aber unterm Strich wird das Buch brutal positiv gehypt, wenn man auf die Verkaufszahlen guckt und auch wie das in den sozialen Medien einfach massivst gepusht wird. Und dann finde ich es so spannend, dass ja, das Gleichgewicht so unausgewogen ist. Auf der einen Seite scheinen alle den Eindruck zu haben, das Buch ist nicht gut und im Geheimen wird es aber dann doch viel gelesen. Nicht im Geheimen, sondern das ist nur nicht so präsent. Da habe ich im Nachgang jetzt noch viel darüber nachgedacht. Ich fand es super und wie gesagt, freue mich auch auf die Fortsetzung. Es führt im Moment keinen Weg dran vorbei, weil es wirklich ja in aller Munde ist. Wenn ihr meine Meinung zu diesem Buch ausführlicher hören wollt, dann guckt sehr, sehr gerne in den Hörgenuss. Ich spreche ja über das Buch. Selbst wenn ihr es nicht hört oder nicht gehört habt, könnt ihr trotzdem im Hörgenuss ein bisschen mehr erfahren. Erstens, worum es geht und zweitens, welche Aspekte mir gut gefallen haben und warum ich am Ende nur bei 4,5 Sternen gelandet bin und einen halben Sternabzug gemacht habe. Abzug gemacht. Einen halben Stern Abzug gegeben habe. Heißt das so? Seltsam. Das nächste Buch, was ich von meiner 23 für 2023 Liste gelesen habe, ist Die letzte macht das Licht aus von Bethany Clift. Ein Pandemieroman. Ich habe ja schon im Lesemonat Mai, Juni erzählt, dass ich Die andere Hälfte der Welt gelesen habe. Und relativ ähnlich, was die Ausgangslage angeht, ist jetzt Die letzte macht das Licht aus, eine postpandemische Geschichte. Und zwar im Dezember 2023 bricht eine globale Pandemie aus und löscht die komplette Menschheit aus. Bis auf eine Frau, die in London überlebt hat. Sie hat ihr Leben lang versucht, ihre Gefühle zu vertuschen und nicht aufzufallen. Nun ist sie alleine und nur auf sich gestellt, hat allerdings einen Hund als Begleiter. In einer postapokalyptischen Welt begibt sie sich auf die Suche nach anderen Überlebenden, entdeckt dabei eine ihr fremde Welt, natürlich, weil keine Menschen diese Welt beherrschen und findet auch zu sich selbst. Auch hier ein sehr gutes englisches Hörbuch. Ihr könnt das Buch natürlich trotzdem auf Deutsch lesen, aber ich habe zum englischen Hörbuch gegriffen und fand es sehr überzeugend. Zum Teil gab es Geräusche, also wirklich an nur entscheidenden Szenen und zum Teil auch so Voice-Over-Effekte. Also zum Beispiel in Briefen war die Stimme plötzlich, hatte die einen anderen Klang oder einen anderen Sound-Effekt. Das wurde sehr sparsam eingesetzt, aber insgesamt war das toll inszeniert. Großartig hat das Buch gemacht, wie unsere Protagonistin alle Phasen von Trauer und Isolation durchläuft. Also Inaktionismus gerät, völlige Panik bekommt, Depression, Rebellion, Wut und wirklich so nicht nacheinander, sondern das kommt so in Wellen und ist sehr, sehr glaubwürdig, wenn ich mir vorstelle, man ist die einzige Person, die überlebt hat und sich nun so einsam durch die Welt schlagen muss. Was ich auch spannend miterzählt fand, war die Logistik vom Überleben. Also wie kommt man an Essen? Wie bewegt man sich fort in einer Welt, in der es ansonsten keine anderen Menschen mehr gibt? Da hat die Autorin an viele Dinge gedacht, die man im ersten Moment vermutlich nicht bedenken würde. Und was richtig für Spannung gesorgt hat, waren einzelne Szenen, in der die Gefahr der Welt ohne Mitmenschen klar wird. Also ja, von Menschen geht auch immer große Gefahr aus, aber wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt, ist die Welt plötzlich auf eine andere Art und Weise extrem gefährlich. Und das hat für ziemlich Druck in dieser Geschichte gesorgt, vor allem im letzten Drittel. Richtig gut, ich habe vier Sterne vergeben. Ein Highlight war für mich Love Theoretically von Ali Hazelwood. Ich habe 4,5 Sterne vergeben. The Love Hypothesis, also die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe oder so, der deutsche Titel ist immer ein bisschen verwirrend, bleibt mein Favorit, aber Love Theoretically ist ganz knapp dahinter auf Platz 2. Und ja, Ali Hazelwood scheint nur eine Art von Buch schreiben zu können. Ich liebe es aber total. Elsie führt ein Doppelleben. Auf der einen Seite ist sie Dozentin für Physik, auf der anderen Seite geht sie als bezahlte Fake-Freundin auf Dates. Allerdings trifft sie dann auf den arroganten Physiker Jack und ihre ganze Welt gerät ins Wanken. Er steht auf der einen Seite zwischen Elsie und ihrem Traumjob und anhand von ihm stellt Elsie sich die Frage, ob sie sich inmitten dieses Konkurrenzkampfs überhaupt auf eine Beziehung einlassen kann. Ali Hazelwood erzählt spannendere Präsentationen mit, also Figuren, die nicht zwingend der Norm entsprechen oder dem Bild, das häufig in Liebesromanen erzählt wird. Elsie ist zum Beispiel demisexuell und hat Diabetes und anhand von ihrer Diabetes wird auch nochmal erzählt, wie super gruselig das amerikanische Gesundheitswesen ist und wie sie sich in Not begibt und in Not gerät, auch aufgrund der äußerlichen Umstände, nur weil sie diese chronische Erkrankung hat. Ach, das hat mich richtig wütend gemacht. Das Buch wollte das aber auch. Was das Buch wiederleistet und da ist Ali Hazelwood natürlich ein One-Trick-Pony, das ist der Blick hinter akademische Kulissen. Insbesondere für Frauen, das wird anhand von Elsie erzählt, die sich auf eine renommierte Stelle bewirbt, was da so an Machenschaften hinter den Kulissen im universitären Bereich stattfinden. Ach, ja, überrascht mich nicht, ist aber spannend, das mal miterzählt zu bekommen als Setting für eine Romance. Für Elsie geht es viel darum, sich zu verstellen beziehungsweise zu maskieren und Jack, in Jack jemanden zu haben, der das herausfordert, beziehungsweise der sie dazu challenged und immer wieder darauf hinweist, Moment, ich glaube, du spielst gerade etwas und ich bin viel mehr an dir als unverstellte Person interessiert. Und oh, seine Hingabe. Das ist einfach was, was Ali Hazelwood exakt nach meinem Geschmack kann. Wenn man so zwischen den Zeilen liest und versteht, wie abgöttisch der Held die Protagonistin liebt. Oh, großartig. Und das war hier eben auch wieder der Fall. Ich bin im Sommer relativ gut vorangekommen auf meiner Liste 23 Bücher für 2023. Unter anderem auch mit Darius der Große Fühlt sich klein von Adip Horam. Ich habe vier Sterne vergeben. Das Ende hat sehr viel rausgerissen. Bis dahin war es nur ein mittelmäßiges Buch für mich. Aber das Ende hat dann wie so eine Schleife alles zusammengeführt. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, abschließend vier Sterne vergeben. Das ist ein Jugendbuch. Darius lebt mit seiner Familie in den USA und kennt sich mit amerikanischer Popkultur viel besser aus als mit seiner eigentlichen persischen Herkunftskultur. Seine Mutter hat nämlich persische Wurzeln. Die Familie besucht dann zum ersten Mal die Heimat der Mutter, nämlich Iran. Und das verheißt für den depressiven Teenager nichts Gutes. Doch dann trifft er auf den Nachbarsjungen Sora ab und mit ihm zusammen lernt Darius persische Schätze kennen und sich selbst auch noch. Das, was mich über lange Strecken wirklich angestrengt hat, war, dass das Buch mir im Detail erklärt hat, wie Darius sich gerade fühlt. Also, wie fremd er sich fühlt überall. Wie angespannt das Verhältnis mit seinem Vater ist. Wie viel am Platz er sich dann auch im Iran fühlt. Wie glücklich er darüber ist, in Sora ab einen Freund zu finden. Und, und, und. Also es ist wirklich schwabs auf weiß ausformuliert, was in Darius gerade vor sich geht. Ich mag das lieber, wenn mir ein bisschen selbst überlassen wird, da rein zu lesen. Und das letzte Viertel holt dann sehr viel raus. Zum einen, weil es verstärkt um Darius Mutter geht und ihr Heimweh. Wirklich zu wissen, okay, mein Leben ist in den USA und meine Familie kommt dort her. Also ihre neue Familie, ihr Mann und ihre Kinder. Und gleichzeitig aber zu wissen, ich komme nicht von dort. Meine Heimat ist im Iran. Ein Großteil meiner Familie ist noch im Iran. Und trotzdem kann ich nicht hier bleiben. Also diese wirklich Heimweh-Zerrissenheit von Darius Mutter, boah, die hat mich richtig ins Fühlen geholt. Und der zweite Punkt, der am Ende richtig nochmal Punch entwickelt hat, sind Diskussionen um mentale Gesundheit bei Männern. Also wir wissen von Anfang an, dass Darius unter Depressionen leidet und dafür auch Medikamente nimmt und in Therapie ist. Und wir wissen auch, dass sein Vater mit mentalen Herausforderungen zu kämpfen hat. Aber was da alles hinter steckt und welche Tragweite das hat, auch weil die beiden vorher ein wirklich sehr unangenehmes Verhältnis miteinander haben. Wow. Also das hatte plötzlich einen doppelten Boden, den ich so nicht erwartet hatte. Es gibt wohl ein Nachfolgeband, der sich rund um Darius und seine Sexualität dreht, wenn er zurück in den USA ist. Ich habe kein großes Bedürfnis, das zu lesen, kann aber jetzt diesen ersten Band abgeschlossen in Sicht gut empfehlen, auch zum Verschenken, glaube ich, für Jugendliche. Ich habe in der Eve-Dallas-Reihe von J.D. Robb, also Nora Roberts, weitergelesen. Band 2 ist Tödliche Küsse. Ich habe 3,5 Sterne vergeben, sowie für Band 1 auch. Es schleppt sich ein bisschen. Also ich bin noch nicht so richtig im Flow, was diese Reihe angeht. Habe aber so große Hoffnungen, dass das irgendwie zu einer Favoriten-Reihe würde. Ich muss mal gucken, wie viele Bände ich mir so als Grenze setze. Okay, wenn ich bis dahin nicht drin bin, dann ist die Reihe wohl nichts für mich. Ja, Band 2 hat mich zumindest noch nicht in den Hype geholt. Und ich bin auch noch unentschlossen, in welchem Tempo ich weiterlese. Lasse ich vielleicht sogar zu viel Zeit zwischen den einzelnen Bänden. Oder wäre es vielleicht besser, wirklich schnell, 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 zwei, drei, vier Bände hintereinander zu lesen? Da bin ich noch unsicher. Wir treffen Eve-Dallas natürlich wieder im futuristischen New York, wo eine Reihe von Morden an erfolgreichen Frauen geschieht. Erst eine Staatsanwältin, dann eine Schauspielerin und Lieutenant Eve-Dallas muss natürlich dunkel, dunkel ins Hell bringen, yo, Licht ins Dunkel bringen. Ihre Spur führt sie in die höchsten Kreise der Macht und natürlich, selbst ihr geliebter Rook gerät unter Verdacht. Die Annäherung zwischen Eve und Rook ist schön, aber immer noch sehr schnell. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Reihe hat fast 60 Bände mittlerweile. Es ist so schade, dass die ersten Bände sich für die Annäherung nicht mehr Zeit gelassen haben. Das hätte ich viel, viel besser gemocht. Vielleicht braucht Eve das auch. In ihrer Vergangenheit sitzt sehr viel Trauma und das ist für uns beim Lesen in Band 2 noch sehr nebulös und ohne Details. Also wir wissen, da ist jetzt Trauma und wir wissen auch ungefähr, was passiert ist, aber keine Details und sie verdrängt das sehr stark. Das kommt aber jetzt so langsam aus ihr heraus und sie wird sich mit Sicherheit da Zeit nochmal mit befassen. Und vielleicht ist dann ihre Liebe zu Rook genau das richtige Sicherheitsnetz dafür, sich endlich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die futuristischen Aspekte amüsieren mich weiter. Also so wie Nora Roberts sich vor, keine Ahnung, 25 Jahren die Zukunft ausgemalt hat. Das ist einfach unterhaltsam. Der Fall war okay, ist mir aber auch nicht besonders in Erinnerung geblieben. Deswegen unterm Strich jetzt für Band 2 der Eve-Dallas-Reihe 3,5 Sterne. Eine weitere Leserunde war Wo der Teufel ruht von Craig Russell. Ich habe das zusammen mit Carla vom Kanal Buchmomente gelesen und habe jetzt zum Schluss 2,5 Sterne vergeben. Es hat so viel Potenzial und ist dann leider in der Ausführung nicht wirklich überzeugend gewesen. Wir springen ins Jahr 1935, wo in Europa durchaus schon spürbar ist, dass Gefahr sich zusammenbraut, nationalsozialistische Gefahr. Das Buch spielt aber in der Tschechoslowakei und zwar sind in einer abgelegenen Burganstalt die sogenannten satanischen Sex untergebracht. Das sind sechs sagenumwobene Mörder. Protagonist ist Dr. Viktor Kodasek, der neue Methoden der Psychologie und Psychiatrie anwendet und den Geheimnissen der Mörder auf den Grund gehen will. Parallel treibt ein brutaler Serienmörder, der Lederschürze genannt wird, in Prag sein Unwesen und wir begleiten einen Polizisten namens Lukas, der diesen Fall aufklären will. Seine Verbrechen scheinen fast von teuflischer Hand zu geschehen und die Frage ist, was verbindet diesen Mörder mit den Sex auf der Burg? Das Buch schwankt immer wieder zwischen menschlichem Horror und übernatürlichem Horror. Es hat also definitiv fantastische Horror-Elemente, die sind zum Teil schon menschlich erklärbar, also vielleicht so wie ein Mensch, der es nicht so ganz glauben kann, dass etwas Übernatürliches passiert, so ergeht es einem beim Lesen. Also, ja, okay, man könnte es schon noch normal erklären, aber auch eigentlich übernatürlich, so schwankt man immer hin und her. Was aber nicht schlecht ist, weil der menschliche Horror, der miterzählt wird, sowohl was die Taten dieser Sexmörder angeht, als auch das, was sich politisch-militärisch am Horizont zusammenbraut, durchaus einen eigenen Grusel mit sich bringt. Wir lernen dann nach und nach diese sechs Insassen kennen und was das Buch sehr gut macht, ist, während wir deren einzelne Geschichten erfahren, hat man so ein sinkendes Gefühl im Magen. Das fängt immer erst harmlos an und dann erzählen die ihre Geschichten, wie sie praktisch in dieser Burg gelandet sind oder was sie dorthin gebracht hat und man merkt so, okay, uh, das ist scheinbar nicht gut ausgegangen. Also dieses, uh, ja, schon zu wissen, dass es auf was Krasses hinaus steuert, ist während des Lesens total greifbar. Wir haben also die Perspektiven auf der einen Seite von Ermittler Lukas und Psychologe, Psychiater Viktor. Das wechselt auch immer wieder und das ist zum Teil richtig gut gemacht, weil natürlich beide Figuren nicht alle Infos haben, aber vor allem im Endspurt funktioniert das nicht so richtig gut. Wichtig ist zu wissen über dieses Buch, dass wir heute über mentale Gesundheit und psychische Herausforderungen anders sprechen würden. Das Buch bedient sich der historischen Begriffe, also so wie über Menschen mit Psychosen zum Beispiel gesprochen wurde. Das betrifft aber auch ethnisch diskriminierte Gruppen, zum Beispiel Roma und Sinti, die in der Phase vor dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei schon lange vorher zu kämpfen hatten. Die werden, ja, herablassend bezeichnet und auch behandelt. So würden wir heute nicht sprechen und zum Teil reißt das beim Lesen richtig raus, weil wir heute einfach einen anderen Sprachgebrauch haben, auch jetzt was psychische Krankheiten angeht und historisch gesehen ergibt das natürlich total Sinn, aber es ist schon hart beim Lesen. Und was leider wirklich überhaupt nicht funktioniert, das Buch ist, keine Ahnung, 900 Seiten lang oder so und es zieht und zieht und zieht sich und die Auflösung war viel zu schnell und inhaltlich echt blöd. Also ich habe so viel dann mit den Augen gerollt und habe dann aber auch nicht ganz nachvollziehen können, warum das Buch jetzt so tut, als habe diese Auflösung so eine große Tragweite und ach, nee, also vor allen Dingen, ich würde mal sagen, das letzte Drittel hat mich richtig frustriert beim Lesen. Schade, ich kann es nicht wirklich empfehlen. Ich habe, ja, 2,5 Sterne für Wo der Teufel ruht vergeben. Und jetzt habe ich noch zwei Titel, die es bisher nur auf Englisch gibt. Ich habe noch sehr, sehr viel mehr an Schnulzen gelesen, vor allen Dingen an Schnulzen im englischen Bereich. Aber nur bei diesen, eigentlich sind es drei Titel, nur bei diesen habe ich jetzt noch ein bisschen Redebedarf. Zum einen leider auch ein Flop, 2,5 Sterne für Business or Pleasure von Rachel Lynn Solomon. Ich fand ja von ihr X-Talk so, so gut und auch Weather Girl fand ich richtig gut, nicht so gut wie X-Talk. Und Business or Pleasure war jetzt richtig dämlich. Chandler Cohen ist Ghostwriterin und erlebt einen Karriere-Tiefpunkt. Sie ist nämlich auf der Buchpremiere eines Buchs, was sie geschrieben hat und die Autorin, für die sie das Buch geschrieben hat, erkennt sie nicht mal. Sie braucht dann Ablenkung und flirtet mit einem fremden Mann. Das endet allerdings in einem katastrophalen One-Night-Stand. Blöd nur, ihr nächstes Projekt als Ghostwriterin ist genau für diesen Mann, nämlich Schauspieler Finn Walsh. Als er dann im Zuge ihrer Zusammenarbeit herausfindet, dass der One-Night-Stand für sie wirklich richtig furchtbar war, schließen sie einen Deal, Chandler wird ihn in gutem Sex unterrichten. Bis dahin war es okay. Also Chandler kennenzulernen und dann auch ein Gefühl für Finn zu kriegen und dass die eigentlich ganz gut zusammenpassen, aber definitiv keine sexuelle Kompatibilität haben und dann auch noch zusammenarbeiten müssen. Das war flott erzählt, aber die zweite Hälfte war gähnend langweilig. Und ehrlich gesagt hatte ich an vielen Stellen das Gefühl, es sei eher ein Non-Fiction-Buch, weil die Autorin natürlich durch Chandler versucht hat, Finn zu zeigen, was guten Sex ausmacht, also vor allem Kommunikation und Verletzlichkeit und Dinge auszuprobieren und Intimität herzustellen, auch über Kommunikation. Das ergibt ja alles total Sinn auf Kopfebene, aber so wie das Buch das umsetzt, hatte ich eher das Gefühl, ich würde ein Lehrbuch lesen. Total schade. Also gerade diese zweite Hälfte hat mich null überzeugt, sodass ich am Ende dann bei 2,5 Sternen gelandet bin. Und zum Schluss, und das ist ein bisschen schon ein Ausblick, was euch im Lesemonat September erwarten wird. Ich habe in der Kate Daniels-Reihe von Ilona Andrews weitergelesen. Es ist nämlich so, dass diese Reihe im Grunde abgeschlossen ist, aber das Autoren-Duo hat sich gedacht, okay, die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt, beziehungsweise mit den Figuren ist jetzt eine neue Geschichte entstanden. Die Wilmington-Years-Reihe und Band 1 ist Magic Tides und Magic Claims, die werden übrigens jetzt dann auch schon ins Deutsch übersetzt. Ich glaube, Ende des Jahres erscheinen die und ich kriege einfach nicht genug vom Kate Daniels-Universum. Ich habe auch andere Bücher von diesem Autoren-Duo schon gelesen und die sind mindestens alle gut, wenn nicht sehr gut, aber an die Kate Daniels-Reihe kommt echt nichts dran. Und hier, die Autoren jetzt nochmal zu sehen, wie sie eins draufsetzen, wie sie die altbekannte, abgeschlossene Geschichte fortführen, grandios. Und da ist so viel Potenzial für noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, toll. Kate und ihre Familie haben Atlanta verlassen, um ein ruhiges Leben zu führen. Ja, Pustekuchen, das ist natürlich nicht so, doch die Magie lässt Kates Familie natürlich nicht in Ruhe. In Band 1, nämlich Magic Tides, geht es um Seemonster und in Band 2 geht es dann um Gestaltwandler und zwar nicht ein herkömmlicher Wolf und ein herkömmlicher Löwe, sondern basierend auf Steinzeit-Tieren, so gut umgesetzt. Die neue Reihe setzt einen total smarten Schwerpunkt. Auf der einen Seite nämlich die Sehnsucht nach ruhigem Leben, auch das Gefühl zu haben, das, was mir an Gefahr widerfahren ist und was ich an Problemen gelöst habe, ist genug für eine ganze Lebenszeit. Ich setze mich jetzt zur Ruhe. Und auf der anderen Seite aber gar nicht so zu sein, sondern dafür bestimmt zu sein, Macht zu haben und sich in magische Machenschaften auch einzumischen und vielleicht auch gar nicht veranlagt, zur Ruhe zu sein und da immer so hin und her zu switchen. Nicht nur Kate, sondern auch der Rest ihrer Familie. Großartig und das wird sich mit Sicherheit auch noch in den Folgebänden weiterziehen. Auch gut gemacht ist der Zeitsprung. Also zu wissen, Kate und Curran haben Atlanta schon vor einer Weile hinter sich gelassen und haben dieses ruhige Leben auch für eine Weile tatsächlich genossen und sind jetzt aber an dem Punkt, wo das nicht mehr geht. Also ja, es hat sich in der, selbst in den Jahren, die wir nicht erzählt bekommen, einiges getan bei den beiden. Und, und da komme ich ja sofort ins Kreischen, es gibt diverse Crossover mit anderen Reihen aus diesem Universum. Es gibt ja eine Reihe rund um die Iron Dogs, das ist noch nicht übersetzt worden. Es gibt eine Nachfolgereihe, wo es um eine Figur namens Aurelia Ryder geht und all diese Figuren und auch Geschehnisse aus den anderen Figuren sind so total komplex ineinander verwoben. Es macht also überhaupt gar keinen Sinn, diese Reihe nicht in der richtigen Reihenfolge zu lesen, aber wenn man das tut, dann gibt es immer wieder so Gastauftritte von anderen Figuren, bei denen ich einfach komplett ins Kreischen gerate, weil ich mich so freue. Und was mindestens die halbe Miete meiner Begeisterung für diese Reihe ist, ist, dass ich das mit Katrin vom Kanal Dragon Stories so intensiv teilen kann, weil wir beide die Liebe für die Kate Daniels-Reihe total miteinander teilen und halt jetzt, nachdem wir beide diese Nachfolgebände gelesen haben, total im Austausch waren und jetzt dann Ende September auch einfach eine gemeinsame Leserunde nochmal gestartet haben zu anderen Büchern von Ilona Andrews, aber ständig so ins gemeinsame Schwärmen geraten, das ist einfach toll und pusht sich dann so gegenseitig. Super, das war's. Ach, das war jetzt richtig schön, euch noch diese beiden Lesemonate nachzureichen, nochmal draufzuschauen, was habe ich denn im Sommer überhaupt gelesen, während der Urlaubszeit, vor allen Dingen Fourth Wing wird mir natürlich in sehr intensiver Erinnerung bleiben und ich bin sehr gespannt, was ihr noch gelesen habt im Juli und August und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.